Cyberpunk bekommt jetzt doch noch ein neues Update, Activision spricht erstmals über das Matchmaking-System von Call of Duty und Stalker 2 ist nicht mehr weit weg. Moin miteinander, ich bin Paul und gestern hatten wir hier in München unsere Weihnachtsfeier. Ich bin immer noch ziemlich fertig, wir gehen die News heute also ganz gemütlich an. Die News werden euch heute präsentiert von den neuen MSI Mainboards der Z790 Max-Serie, die für hohe Performance beim Gaming und der Content Creation stehen. Danke für die freundliche Unterstützung und jetzt geht es weiter mit den News. Ganz überraschend hat CD Projekt Red jetzt doch noch ein weiteres großes Update für Cyberpunk 2077 angekündigt. Die genauen Details werden heute um 16 Uhr im Stream vorgestellt. Deswegen konnten wir beim Schreiben dieser Meldung auch noch nicht auf die neuen Inhalte des Updates eingehen. Das Update 2.1 erscheint am 5. Dezember zeitgleich mit der Ultimate Edition des Spiels. Laut einem Tweet von CD Projekt sollen neue und heiß erwartete Gameplay-Elemente zu Cyberpunk kommen. Eigentlich dachten wir, dass schon mit Update 2.0 Ende Gelände für Cyberpunk ist, bis auf wenige Patches. Wir sind gespannt, was uns in Update 2.1 erwartet und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und damit ihr das auch mitbekommt, könnt ihr euch ja mal ein Abo schnappen. Activision diskutiert, ob sie Skill-basiertes Matchmaking ins nächste Call of Duty einbauen wollen. Das sagte das Studio in einem Statement gegenüber Charlie Intel einer Call of Duty Nachrichtenseite. Skill-basiertes Matchmaking ist immer etwas mysteriös. Eigentlich bedeutet das, dass Spielende, die etwa gleich gut sind, gegeneinander antreten, damit alle ein faires Match bekommen. Es wäre ja unfair, einen Neuling gegen einen Profi antreten zu lassen. Allerdings lassen sich die Entwicklungsstudios bei diesem Prozess nicht richtig in die Karten schauen. Bis auf sie weiß also niemand, wie genau dieses Matchmaking abläuft. Nun, anscheinend hat Activision davon die Nase voll. In dem Statement an Charlie Intel schrieb Activision, dass sie nun seit über zehn Jahren an ihrem Matchmaking-System arbeiten und immer noch weiter dran feilen. Die Arbeiten seien ein langwieriger Prozess und ihre Herangehensweise kombiniere Latenz, die Dauer der Matchsuche und das Können der Spielenden, um die bestmöglichen Matches für alle zu machen. Und jetzt der richtig spannende Teil. Activision möchte in Zukunft mehr Details zum gesamten Matchmaking-Prozess erzählen. Als Zeitraum gaben sie die Wochen nach dem Release der Season 1 für Call of Duty Modern Warfare 3 an. Das klingt jetzt alles erstmal recht langweilig. Kann mir doch egal sein, wie das Matchmaking funktioniert. Tatsächlich ist das aber ein potenziell riskantes Manöver von Activision. Denn wenn alle wissen, wie das Matchmaking-System funktioniert, dann wird es eventuell für einige möglich sein, dieses System auszutricksen und so schnell die COD-Leiter hinaufzusteigen. Und so oder so ist es sehr spannend, mal zu sehen, wie dieses ominöse Matchmaking denn nun funktioniert. Wer weiß, vielleicht folgen dann ja sogar die Studios von anderen kompetitiven Spielen, Activisions Beispiel, und lassen sich auch ein wenig in die Karten schauen. Nächste Woche Freitag erscheint der VR-Modus zum Resident Evil 4 Remake, exklusiv für die PlayStation VR 2. Der Modus wurde bereits im Februar angekündigt, einen Monat vor dem Release des eigentlichen Spiels. Im Trailer sehen wir das Ballern aus der First-Person-Perspektive mit zwei Pistolen, Verfolgungsjagden in Waggons und natürlich auch allerlei Puzzle- und Bosskämpfe. Der Modus wird komplett kostenlos für Besitzer des Hauptspiels sein. Wenn ihr eine PSVR 2 besitzt, könnt ihr euch außerdem eine kostenlose Demo installieren, um zu schauen, ob das Spiel was für euch ist. Eigentlich ist es ja ein bisschen ironisch, dass Resi 4 einen First-Person-Modus bekommt. Immerhin war der vierte Serienteil ja der, der zu seinem ursprünglichen Release gerade wegen seiner Überschulterkamera für jede Menge Kontroversen unter den Spielenden sorgte. Das Resi 4 Remake erschien im März diesen Jahres und kam sehr gut an. Im Gamestar-Test ergattete es ganze 91 Punkte. Stalker 2 wird im ersten Quartal 2024 erscheinen. Das teilte das Entwicklungsstudio GSC Game World während der gestrigen PC Gaming Show mit. Dort gab es auch einen neuen Trailer zu sehen. Ein genaues Datum wurde leider nicht genannt, aber vielleicht folgt das noch bei den Game Awards nächste Woche. Eigentlich sollte Stalker 2 schon 2022 erscheinen, wurde dann aber mehrmals wegen des Ukraine-Kriegs verschoben. Das Studio litt außerdem unter Hackerangriffen. Auf der Gamescom dieses Jahr war Stalker 2 das erste Mal für die Öffentlichkeit in einer Demo spielbar, konnte unsere Testerin Nathalie aber noch nicht so wirklich überzeugen. Obwohl das Spiel direkt die angenehme Stalker-Atmosphäre versprühte, litt die Demo unter vielen technischen Problemen. Noch dazu war der spielbare Ausschnitt relativ nichtssagend. Nathalies vollen Artikel habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Nach 20 Jahren erhält Homeworld endlich einen dritten Serienteil. Jetzt kündigten Entwicklungsstudio Blackbird Interactive und Publisher Gearbox an, dass die Sci-Fi-Strategie am 8. März 2024 erscheint. Wenn ihr besonders ungeduldig seid und noch früher mit dem Spielen loslegen wollt, könnt ihr bereits drei Tage vorher ab dem 5. März zocken, wenn ihr die Fleet Command oder Collector's Edition von Homeworld 3 vorbestellt. Homeworld 3 erscheint für Steam und den Epic Games Store, die PC-Anforderungen kennen wir auch schon. Empfohlen wird ein Intel i7-11700K oder AMD Ryzen 5 5600K Prozessor, 16 GB RAM und eine Nvidia RTX 2070, AMD RX 5700 oder Intel Arc A580 Grafikkarte. Die ersten Homeworld-Spiele waren wahre Meilensteine für die Gaming-Welt mit richtigen 3D-Raumschlachten, die es seitdem selten wieder in dieser Form zu sehen gab. Wir konnten Homeworld 3 bereits anspielen, den Link zum Video findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Seit 10 Jahren gibt es nun schon GTA Online und nun hat Rockstar angekündigt, dass sie endlich Wild- und Haustiere in den Online-Modus bringen wollen. Tiere waren eigentlich ein exklusives Feature des Story-Modus, sie sollen jetzt aber auch die Online-Welt bevölkern und neue Aktivitäten für die Spielenden mitbringen. Der Haken, dieses Feature wird es nur für Playstation 5 und Xbox Series Konsolen geben. Die ältere Generation und der PC gehen leer aus. Ihr werdet außerdem mit Yusuf Amir zusammenarbeiten, den Fans bereits aus GTA 4 kennen. Ihr helft ihm dabei luxuriöse Fahrzeuge zu… sammeln. Neben diesen neuen Raubzügen könnt ihr zukünftig auch Drift-Modifizierungen an einigen eurer Fahrzeuge vornehmen und sie in einer Reihe von Drift-Rennen ausprobieren. Das genaue Release-Datum für das Update kennen wir leider noch nicht, nur dass es irgendwann im Dezember erscheinen soll. Und dann haben wir noch zwei Meldungen in eigener Sache. Morgen am 2. Dezember findet der diesjährige Bisalina Charity-Stream statt. Der Bisalina-Stream ist ein Speedrun-Livestream, der seit einigen Jahren Content-Creators und Speedrunner zusammenbringt. In diesem Jahr haben sie sich vorgenommen, das größte europäische Streaming-Event zu veranstalten. Die Teilnehmenden werden sich in mehreren Kategorien untereinander messen. Darunter unter anderem Beat the Bisalina Super Mario World, Speedrun Resident Evil und Speedrandale Super Mario 64 70 Sterne Race. Ausgerichtet wird das Event von den StreamerInnen Bisalina und 84,5s. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem YouTuber und Streamer Hübi und die Rocket Beans Gregor Katsiosis und Sia Shuri. Die beiden Speedrunner und Weltrekordanwärter D-Whatever und Benji sind auch am Start. Alle Einnahmen aus dem Stream werden an die DKMS gespendet, die sich der Registrierung von Stammzellenspendern verschrieben hat, um Blutkrebspatienten weltweit eine Heilung mit Stammzellentransplantation zu ermöglichen. Der Stream wird im Experion in Köln aufgezeichnet und startet morgen um 14 Uhr. Auf Twitch könnt ihr das Event natürlich auch verfolgen, z.B. beim Twitch-Kanal Screenfire Gaming von Andreas Sperling, der für Verbedia antritt. Und zu guter Letzt sind wir heute natürlich im Dezember angekommen und ihr wisst was das heißt. Das erste Türchen eures Adventskalenders darf geöffnet werden. Und natürlich darf auch dieses Jahr der gemeinsame Adventskalender von GameStar, GamePro und MeinMMO nicht fehlen. Vom 1. bis 24. Dezember könnt ihr jeden Tag tolle Preise mit einem Gesamtwert von über 15.000 Euro gewinnen. Schaut auf gamestar.de slash xmas vorbei und macht täglich mit. Wie jedes Jahr haben alle Plus-Nutzer, die am Kalender-Gewinnspiel teilnehmen, eine Chance auf einen zusätzlichen Preis. Dieses Jahr könnt ihr eine schicke PlayStation 5-Disk-Version im Spider-Man 2-Design gewinnen. Ihr müsst nichts weiter machen, als euch mit eurem Plus-Account einzuloggen und an mindestens einem Türchen teilnehmen, schon qualifiziert ihr euch für die Extra-Auslosung. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück. So, das wär's mit den News für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet noch was lernen. Wie sieht's aus? Freut ihr euch auf das neue Cyberpunk-Update? Sind eure Lieblings-Features dabei? Schreibt's mir in die Kommentare. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch da und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr euch ja mal ein Abo mitnehmen. Alles klar, ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit und sag, kiek mal wieder in und tschüss.